Damit haben wir das Ancient Fossil Collection Setup geschlossen. Ist hier nicht auch immer ein Artefakt? Was los ist los? Die sind hier im Hintergrund. Die sind hier im Hintergrund. Weeeee! Hop, hop, hop! Wohooo! Ah, bleibt da, Leute! Muschel! Echt? Ist das auch schon Dino? Das ist für ein anderes Set, oder? Nein, jetzt geht noch rein, Mann! Kopfnuss, oder was? Das ist also hier. Ja, ab. Durch das andere. Durch das andere. Naja, ist okay. Und hier, das gehört zu einem anderen Set. Sehr gut, ja, wir haben das noch nichts. Das ist dieses Fossilien-Set. Dieses Nautilus-Set. Das W Hall vänt, das war richtig. Dieses Nautilus-Experte. Okay. Wie? 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 Cumminen-Das ist Ihr sow ll gross. Wie? Das war's für heute. Und damit haben wir das zweite des Nautilus-Sets. Das ist eine riesen Haifisch-Fischflosse. Und ein weiteres Artefakt, was haben wir denn hier, eine versteinerte Pflanze. Was für ein großartiges Artefakt in solch einer guten Verfassung. Und 3 von 5 vom Nautilus-Set, 2 von 5. Und 3 von 5 vom Nautilus-Set. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was für ein großartiges Artefakt in solch einer guten Verfassung Nautilus Z4 von 5 Damit haben wir den Trilobit, den vermissten Juhuuu, tatsächlich noch was gefunden Ich glaub's gar nicht, echt nach Äonen von Jahren Voll dann, wir hatten dieses Artefakt noch nicht Sehr gut Fünf von fünf, oh das Oben hab ich ja ganz vergessen gehabt Das Fossilien Set Damit haben wir den Armonit fertig Sehr gut Damit haben wir das Ancient Fossil Collection Setup geschlossen Und damit haben wir das Archäologie Kostüm Vielen Dank fürs Zugucken Schaut auch gerne auf meinem YouTube Kanal rein Dort dreht sich alles um Wobbly Live Alle Secrets Und Neuerungen Und vieles mehr Und Livestreams Also, schaut doch mal rein Und auch hier gerne Followen Vielen Dank fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal